In diesem SUV finden Sie jede Menge Platz. Dieser Volvo ist aus dem Baujahr 2012. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einer Automatik. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, eine Geschwindigkeitsregelanlage. Als zusätzliche Sicherheitsausrüstung hat dieser Volvo außerdem Xenon-Scheinwerfer, Tagfahrlicht. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.